So Leute, letztes Spiel, herzlich willkommen Also was ist letztes Spiel aber? Letztes Spiel für Makellus, was haben wir denn für Gegner? Vielleicht sollte man die jetzt doch mal analysieren Zwei Sturmbeschwörern, eins, sonst ähnlich Okay, die werden hinten campen, das ist schon mal interessant Die mit Bogen dann rausnehmen, oder? Ja, alle gleiche Farbe Ah, wir haben den besseren Spawn Schon mal einen Schuss um Eisbücher Ja, die campen hinten und laden sich hier super schneller wieder auf So, haben wir die rushen? Ich wäre dafür Ah, rechts auf B sind sie Ja, die kommen rechts, rechts, rechts Einer low da oben? Sau, Feuer, Blitzkanalne Die waren natürlich super So gut sind die nicht Ja, der pusht, der pusht hier unten einer Ja, oben hat nicht Wer hat der jetzt Munition? Du kannst uns holen Beeil dich Wir liegen hinter der Wand, hol erst die Lea Pass auf, da kommt einer nicht Renn doch nicht voll rein, du kannst doch hinter der Wand wiederbeleben Ja, aber hol doch hinter der Wand sie und dann kann sie mich im Dings wiederbeleben und dann Push auf den einen, der snipet und dann haben wir Alle drei Überschild Egal, wie konnte der so schnell Munition haben für den leeren Blick? Kann man das ihm erklären? Doch, war abgelaufen Doch, war abgelaufen Und oben steht ja die Kiste Habe ihn auch Aber da ist noch einer, der wird ihn sofort wiederbeleben Hol du mich leer und Seil Du pusht auf die Leiche Ja, okay, jetzt ist egal, jetzt haben sie alle wieder Pass auf, der snipet auf mich Hardscope da unten, links neben den Zylinder Leute Links vom Zylinder, die pushen jetzt Mit Granaten Ja, super toll Kannst du mich holen? Ja, hol sie mich So einer kommt jetzt da Hol mich, hol mich drei Sekunden Lea Hol ihn hinter der Wand Der ist beim LKW irgendwo Kommt jetzt noch einer Muss ich dich beeilen Das Problem ist Ja, okay, jetzt ist es vorbei, das ist verloren Nee, jetzt ist es vorbei, hätte ich müssen Ich war halt so gut wie tot, also man hätte mich nur einpusten müssen Leute, ihr müsst sofort Wenn Seil vorne noch einen geholt hat, bleibt er bei den Leichen Und du musst sofort hinten rum und zu mir pushen Mich holen und dann pushen wir zusammen auf die Leichen Nicht da vorne rumlaufen und dann Nee, ich war ja dann aber down Ja, wo du zu mir gepusht bist Du darfst aber nicht zurück pushen Du musst bei der Leiche bleiben, die du safe hast Und nicht vor mich rennen, bitte Komm jetzt, zusammenreißen Ich deck B Falls die da kommen nicht, dass wir jetzt von hinten weg geholt werden Ja, einer ist auf B Und der geht nach oben? Ja, ich hab daneben geschossen, ich bin so schlecht Feuerblitzgranatenspieler Der pusht hier bei B, ich brauch hier Backup, Leute Lass den finischen Der war angehittelt Der hat auch nichts mehr Bis unten? Der ist bei der schweren Hey, ich kann den nicht treffen Mein Gott Einer Loader Die sind da alle Die sind da alle Gleich ist das safe Wer ist da hinten? Schön, ich hole die speziell Ja, so weiter, die haben wir Die sind nicht gut Ich kann dir mit dem letzten Wort von der Seite fast down machen Während die alle drei da stehen Die checken das nicht mal Können wir mal rechts durchpushen Können wir machen, ja Soll ich links snipen, dass die nicht pushen? Geht ihr rechts rum? Ja komm Puscht ihr rechts rum, ich pushe dann links vor, wenn ihr durch seid Sagt dann Bescheid Ich versuch nicht zu sterben Sobald ihr einen seht, sagt Bescheid Na ja, die sind da Ja, die sind hier auch Okay, ich pushe links durch Einer verbrennt Top, ich komm von da hinten Na ja, okay Müsst du ein bisschen pushen Ja, der hat den Stormdrines angemacht Weg da Nein Ach komm ey, sag mir wo die kommen Sag mir wo die kommen Sag mir wo die kommen Und dann belebst du dich einfach wieder Sag doch, wie ist denn die Sekunde vorher Bescheid Dass ich neben dir bin, wenn du das machst Ich kann nicht doch nicht 100 Meter weit weg sein Und dann muss ich hinterher rennen Und dann renne ich genau in den rein Lass mich halt einholen und dann belebe dich wieder, wenn ich in deiner Nähe bin Dann hätten wir doch die Runde locker gehabt Komm schon Leute Ein bisschen Konzentration im letzten Spiel Ein bisschen reden miteinander Kann ich sein, dass wir das jetzt schon wieder verlieren Als anstrengend Ansagen was ihr macht und wo die Gegner sind Und wo sie langlaufen Die sind echt nicht gut Die müssen das nur geschickt machen Sehr schön Der ist lauter hinten Der ist ultra lau ganz links hinten Ja, einer ist bei mir oben Hm, ich will die anderen jetzt wieder Die laufen runter Einer kommt zu mir, die kommt ja zu B rüber Ich versuch sie zu holen Vielleicht ich meine ich neben mich Oder hol du sie Wo ist der letzte? Muss ja da oben irgendwo sein Keine Ahnung Ich will mich speziell Nicht den verfolgen Bleibt einfach mit den Leichen Er hört sich unsere super auf Und er macht alleine einen Vöderfanz Vielleicht kann sich auch einer von denen wiederbeleben Ich hab auf jeden Fall einen MG Sonst ne ich den direkte Bei mir war der Ja ok der ist hochgesprungen Der war der nicht Der steht hinten bei der Treppe Hat der keine Schwere oder was? Er sah nicht so aus Zumindest man hat auch mal Oh, jetzt geht der hinten rum Zu unserem Storm Ja, süß Nein Never Storm Trance Sturm Trance Der ist halt tot Kann doch nicht sein Wo kommt denn der jetzt her? Der portet sich Der ist raus aus den Storm Trance Mach ihn weg Ja, sauber hol einen Hol einen, bevor er sich wiederbeleben Hol einen Alter, der portet sich plötzlich neben mir Ich hab aber auch keinen Sound Ich hab's überhaupt nicht gehört Dass der plötzlich neben mir war Ich hatte auch einen Bogen Aber ich wollte den jetzt nicht In der schweren verschwenden Wenn ich einen MG hab Und er seinen Storm Trance mitten zwischen uns schaltet Also ich hab einen Bogen Wer hat noch was? Du kannst nicht wiederbeleben sein, oder? Nee, ich hab doch so blöd Ähm, ich Halb voll hab ich das Links sind noch immer welche Hm Rechts auf Okay, lass rechts hin Ja Einer low Auf B Rechts unten Rechts unten Seil schon wusste Ja, die sind alle im Bogen Push die Okay Ja, sauber Ja, die machen wir kaum jetzt Ich hab jetzt keinen Super mehr Du hast noch, oder? Lea? Nee, du hast eben rausgehauen Nee, ich hab ja die Runde Einer springt da links rum Einer ist bei B Da ist Der steht oben bei der Special Guckt er aber noch auf mich Ja, okay, ich brenne Ja, okay, ich brenne Einer hat sich wiederbelebt Der steht oben drauf Bei mir Der kann einfach durch den Rauch laufen Ach Gott Der kann einfach durch den Rauch laufen Pass auf Bei mir immer noch der Sonnensänger Dann kann ich nichts machen Der Sonnensänger pusht alleine auf mich Und wirft eine Feuerblitzgranate Und ich war ultra rot Und dann macht er einen Schuss Ich hau dem Vortex und Dings entgegen Weil er kann einfach durchrennen Und kommt und fisselt mich Mein Gott, spielen die lame, ey Ich decke jetzt auch B Ich hab keinen Bock mich da von hinten ficken zu lassen Jetzt mal Hat er einen Gang unten? Sturmtrance Ja, super toll Pass auf Der ist raus, ja Hol ihn Hol, hol einen Ey, feste dich halt mit Instant Headshot, oder was? Er hat mir Instant Headshot gegeben Der kann ich gerne mal holen Komm, lass noch ein Ticket spielen Ganz ehrlich, so verlieren wir das nicht nochmal Was haben die für ein Glück Ey, jedes Mal nur Stormtrance Und dann kannst du nichts machen Ich seh den ja nicht mal Der portet sich da irgendwo lang Ich hätt den locker headshotten können Wenn ich diesen scheiß Teleport gehabt hätte Und dann startet ein Sonnensänger neben dir Ey, 4, 8 Bloß nicht snipen oder irgendwas machen Bloß nur mit Super spielen Jede Runde Also nix können Naja, sowas kotzt doch an Ohne Witz, ey Die haben ja nicht gut gespielt Die haben einfach immer auf Nahkampf Und ihr scheiß super gezündet Dann sind sie irgendwo rechts rumgeschlichen Und standen wieder neben dir Hör mal auf, lass ein neues Ticket kaufen Und das machen wir jetzt nochmal Wenn ich gerne rauche Und dann machen die weg, ey Das kann aber nicht sein Was wir für ein Pech immer haben Im letzten Spiel Die waren so grottenschlecht Die haben nicht einmal Mit das Sniper gegen mich gewonnen Aber jedes Mal Super und dann neben dir Und abspasten Das können sie Ja, vor allem halt Zwei Sturm Zwei Sturm Ich glaub ich wär schon ziemlich übel Ja, und dann Sonnensänger Und der startet halt nur neben dir Ja Und du bist immer alleine dann Wenn er das startet Wie es normalerweise ist Der startet das Und drei Leute sind dann Ja Ja Ja